Yo Leute, da bin ich wieder zu einem neuen Let's Play, und zwar Versus Dr. Mario von 1990. Ich versteh leider nicht ganz, was man da machen muss, aber seht selbst, ja. Erstmal kann man mir einstellen, verschiedene Sachen, Musik, ich mach mal chill. Und... Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich weiß nur, dass wenn ich vier von einer Farbe nebeneinander habe, dass... dann... die Reihe verschwindet, also quasi wie bei Tetris. So, in der Art, ja. Ich gucke jetzt hier noch einmal. So. Ich gucke jetzt. Ich schaue. Keine Ahnung. Nein. So, wieder wird weg. Okay, so gibt es nicht. Zell verloren. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Und ich glaube, das reicht auch von vs. Dr. Mario, also... Ich denke mal, die anderen Levels werden ähnlich aussehen. No, pff, gut. Jetzt hören wir der Musik noch etwas zu und dann war es das. Wo ich gerade so das Video sehe, verstehe ich, was man machen muss. Okay, probieren wir es einfach mal. Ich mache den Zaun hier ein bisschen leiser. So, los geht's. Okay, klar. Gut. Nein. Hm. Alles. Gut. Okay. Tod. Haben wir den auch weg? Okay. Okay. So. Seh auch weg. Okay. Aber jetzt habe ich verstanden wie das funktioniert. Was ist das? Na ja. Jetzt nehmen wir Fieber. Hatten wir eben auch. Tsch. Pff. Jol. Pff. Tsch. Bäm... Das Ding auch weg? Bäm, ist halt auch geklappt. Okay. Scheiße. Nein. Oh, bin ich dumm? Oh, 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 oh. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, glaube ich. Gut. So. Aha. So. Alles gut. Tsch. Die Steuerung ist scheiße. Wie schon bei Mario Bros. auch. Oh. Ich habe mittendrin vergessen, dass ich aufnehme, ja. Ist auch noch nicht passiert. Ist aber schnell hier. Was ist das denn? Genau wie bei Tetris. Oh. Oh, oh. 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 Nein. Verloren. Okay, ich glaube, das reicht, Leute. Jetzt aber wirklich. Bis dann. Tschüss. Du, 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 du.